Hallo, ich bin die Barbara. Ich komme aus Ungarn und ich lebe in Wien. Ich habe die Instant Change Method von einer Freundin erfahren. Sie hat es selbst auch gemacht und sie hat es mir empfohlen, weil ich eine ziemlich schnelle Hilfe brauchte. Ich war im Leben ein Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, dass die Wellen ganz einfach zu hoch sind, meine Probleme zu groß und ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe diese Behandlung mit Angelegen gemacht. Sie war super hilfreich, sie war sehr freundlich, sie hat meine Wünsche fantastisch formuliert und sofort nach der ersten Behandlung fühlte ich mich viel positiver, viel energetischer und viel besser. Für mich war es unglaublich, wie viel Energie über diese Behandlungen durchströmen kann, welche Auswirkungen das wirklich hat und heute fühle ich mich wirklich absolut positiv. Ich weiß, dass es im Leben alles in Ordnung ist und ich sehe die Zukunft auch sehr sehr optimistisch. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Methode gemacht habe, dass ich mich dafür entschieden habe und ich kann nur vom Herzen an alle empfehlen. Das ist das, was ich die Möglichkeit hatte. Das ist es das, was ich schon mal gesagt habe. Vielen Dank.